Draußen Musik hören ist in. Genau deshalb hat Dr. Hiltraud Paridon vom Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherungen jetzt auch erforscht, wie stark Kopfhörer unser Reaktionsverhalten im Straßenverkehr beeinflussen. Wir haben einen Versuch durchgeführt, da mussten die Teilnehmer auf unterschiedliche Verkehrsgeräusche reagieren. Dabei hatten sie entweder in ihr oder on ihr Kopfhörer auf und über die Kopfhörer haben die Leute dann leise oder laute Musik gehört. Dann wurde ihre Reaktionszeit gemessen und die war mit Musik deutlich langsamer als ohne. Und das auch schon bei leiser Musik, also bei normaler Gesprächslautstärke, da hat sich auch schon die Reaktionszeit bis zu über 50 Prozent verlängert. Natürlich hängt das auch von dem Geräusch ab, klar, ein vorbeifahrendes Auto wird schon bei leiser Musik erst spät wahrgenommen, ein lautes Martinshorn. Dabei ist leise Musik nicht ganz so kritisch. Ob man dabei einen in ihr oder einen on ihr Kopfhörer trägt, spielt übrigens keine große Rolle. Es ist eigentlich egal, mit welchem Kopfhörer man Musik hört. Musik oder andere Geräusche auf den Ohren sind einfach gefährlich. Unser Hauptergebnis war, dass Musik uns massiv im Straßenverkehr beeinträchtigt. Wem seine Gesundheit lieb und teuer ist, lässt im Straßenverkehr die Kopfhörer also besser in der Tasche. Uns als Unfallversicherung liegt ja die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer am Herzen. Und da haben die Radfahrer und die Fußgänger gegenüber dem Auto einfach einen empfindlichen Nachteil. Sie haben keine Knautschzone. Wenn sie halt als Fußgänger die Straßenbahn nicht hören und von ihr erfasst werden, dann sind sie schwer verletzt oder im schlimmsten Fall sogar tot. Und da muss ich sagen, das Risiko ist Musikhören nicht wert. Und da muss ich sagen, das ist die Handvollversicherung. Und da muss ich sagen, das ist die Handvollversicherung. Sobald ihr hier, wenn man das Wasser verletzt oder nicht mit die Handvollversicherung der Krä게 verletzt hat. Vielen Dank.